Wir haben das Experiment in dieser Anordnung gestartet. Ein Faden zieht die beiden Gleiter gegeneinander und dadurch werden die beiden Blattfedern zusammengedrückt. Wenn man jetzt den Faden durchbrennt, entspannen sich diese Federn und die beiden Gleiter werden auseinandergedrückt. Ein bisschen später haben wir diese Situation. Die Gleiter bewegen sich immer noch voneinander weg und dieser Gummi beginnt sich zu spannen. Diesen Prozess wollen wir jetzt analysieren. Nun muss man wissen, dass die Grundgrösse der Mechanik der Impuls ist. Also was die elektrische Ladung für die Elektrizitätslehre ist der Impuls für die Mechanik. Um diesen Prozess eindeutig zu analysieren, brauchen wir jetzt eine positive Bezugsrichtung. Wählen wir die nach rechts. Und jetzt analysieren wir den Vorgang im Flüssigkeitsbild. Im Flüssigkeitsbild werden die beiden Körper zu zylinderförmigen Töpfen. Der Impuls wird zur Flüssigkeit und die Masse oder die träge Masse wird zum Querschnitt der beiden Töpfe. Die Geschwindigkeit ist dann die Füllhöhe. Diese grosse Fläche da im Hintergrund symbolisiert die Erde. Die Erde ist ein riesiger Impulssee, mit dem wir beliebig viel Impuls austauschen können. Gleichzeitig legt die Erde auch die Nulllinie für die Geschwindigkeit fest. Jetzt können wir sagen, anfänglich sind ja beide Körper ruhig. Also haben sie keinen Impuls. Das ist die Geschwindigkeit 0. Durch das Entspannen der Federn fließt dann Impuls vom hinteren Fahrzeug zum vorderen Fahrzeug. Und dann haben wir die hier skizzierte Situation. Jetzt beginnt sich aber der Gummifaden zu spannen und dadurch fließt der Impuls wieder zurück. Also zeichnen wir hier einen Impulsstrom ein und die Stärke dieses Impulsstromes kürzen wir ab mit IP. Durch diesen Impulsstrom beginnt sich da das Niveau wieder zu heben. Hier sinkt das Niveau wieder. Wenn dann beide Fahrzeuge stillstehen, dann haben sie die Extremposition erreicht und der Gummifaden ist maximal gespannt. Danach fließt weiter Impuls von vorne nach hinten. Deshalb steigt hier die Geschwindigkeit und hier sinkt die Geschwindigkeit unter den Nullpunkt und so weiter. Jetzt können wir eine Regel feststellen. Wir können sagen, hier in diesem gespannten Gummifaden fließt der Impuls rückwärts, nämlich gegen die positive Richtung. Das ist eine allgemeine Regel. Also wenn Material unter Zug steht, dann fließt der Impuls rückwärts. Vorher und dann auch wieder später werden dann die Federn zusammengedrückt und dann fließt der Impuls von hinten nach vorne, also vorwärts. Wir können also sagen, wenn Material unter Druck steht, dann fließt der Impuls vorwärts. Diese Aussage gilt auch, wenn wir die Bezugsrichtung auf die andere Seite wählen. Dann müssen wir das Flüssigkeitsbild an der Horizontalen spiegeln, also an dieser Nulllinie. Und die Impulsströme fließen dann in diesem Bild die andere Seite. Aber die Aussage, Zug gleich Impuls fließt rückwärts, Druck gleich Impuls fließt vorwärts, die gilt dann weiterhin. Man muss unterscheiden zwischen der realen physikalischen Situation und den Bildern, die wir davon machen. Das ist ja nur ein Bild einer Theorie. Das Ganze schwingt also hin und her und wir können dann in jeder Situation eine Impulsbilanz aufstellen. Zum Beispiel hier können wir sagen, da fließt ein Impulsstrom zu. Es gibt eine Änderungsrate des Impulsinhaltes und die Änderungsrate des Impulsinhaltes ist Querschnitt mal Änderungsrate der Geschwindigkeit. Das nennt man dann aber Beschleunigung. Wir können also sagen, ein zu fliessender Impulsstrom erzeugt eine positive Beschleunigung. Auf dieser Seite fließt der Impulsstrom weg. Das heisst, die Stromstärke ist negativ und dann wird auch die Beschleunigung negativ. Nun haben wir also den Zusammenhang zwischen Impulsstrom und Beschleunigung. Und das erinnert natürlich an die Newton-Axiome. Und dann stellt sich die Frage, ja was sind dann Kräfte? Jetzt kann man ausgehend vom Impulsstrom sehr, sehr sauber den Kraftbegriff definieren. Das machen wir jetzt. Hier noch einmal die Situation. Und jetzt schneide ich die drei Körper frei. Das heisst, es ist der eine Gleiter, der andere Gleiter und das hier ist dann der Gummifaden. Und jetzt lautet der Zusammenhang zwischen Impulsstrom und Kraft wie folgt. Die Kraft kann definiert werden als Impulsstromstärke bezüglich eines Systems. Also nehmen wir zuerst das rote System und sagen, hier fließt Impuls rein. Impuls rein heisst, es gibt eine positive Kraft. Also in positive Richtung. Hier beim Gummi fließt der Impuls raus. Das gibt eine negative Kraft. Und da fließt der Impuls rein. Das gibt eine positive Kraft. Bei diesem Gleiter fließt der Impuls raus. Und das gibt dann eine negative Kraft. Das heisst, Impuls und Impulsstrom sind real. Kräfte sind einfach nur Schnittgrössen bezüglich Objekten. Übrigens, die beiden Kraftpfeile halten den Gummi im Gleichgewicht. Und die beiden Kraftpfeile, das ist Aktion oder Reaktion. Und die beiden Kraftpfeile ist Aktion oder Reaktion. Ich bin überzeugt, dass diese Betrachtungsweise viel, viel mächtiger ist, dass wenn man mit den Newton-Aktionen beginnt, dann sich dann lang nur mit Beschleunigung und Kraft beschäftigt. Zudem hat sich die Physik seit Newton weiterentwickelt und der Impuls ist immer wichtiger geworden. Ich möchte das hier zeigen. Hier ein Ausschnitt aus Wikipedia. Da geht es um die Navier-Stokes-Gleichung. Und das ist eigentlich die verallgemeinerte Impulsbilanz. Oder in der statistischen Mechanik. Da geht es ja dann um die Entropie als Zustandssumme. Und auch da findet man Mikrozustände. Und was ist wichtig? Ort und Impuls. Oder in der Quantenmechanik. Da arbeitet man ja mit Operatoren. Was gibt es für Operatoren? Es gibt natürlich die potenzielle Energie. Aber es gibt auch den Impuls als Operator. Also aus der Sicht der Kontinuumsmechanik, der statistischen Mechanik. Und der Quantenmechanik ist der Impuls die zentrale Grösse. Wieso soll man dann die Mechanik nicht gerade mit dieser Grösse beginnen? Gehen wir noch einmal zurück auf diese Situation. Hier ist ein Faden gespannt auf Zug. Das heisst, hier fliesst der Impuls rückwärts. Und da sind die Federn auf Druck belastet. Da fliesst der Impuls vorwärts. Wenn wir diese Bezugsrichtung nehmen wie vorher, also fliesst hier ein Impulsstrom im Kreis herum, ohne Energie zu disziplieren. Auch das ist nichts Aussergewöhnliches. Im Elektrischen kennen wir ähnliche Phänomene. Da gibt es supraleitende elektrische Ströme. Und das hier ist halt ein supraleitender Impulsstrom. Ich finde es tragisch und traurig, dass sich so viele Leute, so viele angeblich gescheite Leute, gegen dieses Konzept wehren. Ich denke, da liegt die Zukunft des Physikunterrichts an unseren Schulen. Und da müssen wir weiterarbeiten. Deswegen bleiben bis jetzt. Bis jetzt. Danke.